Ich wollte nichts sagen, der hat sich vielleicht schon gewundert, warum ich die Champion noch nicht rausgepackt habe. Jetzt müsst ihr mir die Texthänger verzeihen. Ich habe keinen Text, nichts, wir haben nichts vorgeleitet. Jetzt müsst ihr mir doch so verzeihen. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. 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 Wives Es war Nur so gut wegen euch Weil ihr soes Tolles Publikum seid Apropos Tolles Publikum Wie gesagt wir spiel jetzt die Zugabe Also dann hat es wirklich nichts mehr Dann kann uns nichts mehr irgendwas aus den Ärmel ziehen Das geht einfach längver Genau, apropos das Publikum, es gibt einen, der ein ganz 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 treuer Fan ist, der schon seit der ersten JCG-Junger-Call-Girls-Minute bei Konzerten anwesend ist und nicht mit uns verwandt ist. Das ist ein guter Punkt. Also danke an unsere Family, die auch immer treu zu uns stehen. Das ist jetzt ihr Besten, danke. Und danke, dass ihr uns den Per-Google-Song verziehen habt. Genau, das Einzige, was ich eigentlich sagen wollte. Dieser eine Fan, der hat einen Lieblingssong von uns. Ja, und den spielen wir jetzt, Punkt aus. Applaus für den Hofi. Weiz aus einem Schild hergereist. Extra. Nur für uns. Danke. Und verbringe die Meisterzeit seines Tages. Wir trainieren uns auf. Und in Mauer. In Mauer. Ich sage es nur, wohnt oder arbeitet, aber ja. Na ja, warte kurz, das wollte ich eigentlich sagen. Entschuldigung. Jetzt müssen wir den Live-Moment noch auskosten. Ja. Ich riech's, ja. Ja. So schlimm? Ja. Ähm, ja. Der ist für alle Leute, die sich alt fühlen. Ja, übrigens, das ist kein Spaß. Der nächste Song, der beschreibt ganz, ganz gut meine aktuellen Freundeskreis.